. Als Thema von denen heilt sich um, lebst du, was du glaubst? Und ich kann hier amdrehen, labst du, was du lebst? So ein paar große Frauen, als wir mal ans Leben und ans Glauben töbsterben hätten, oder als die nicht hätten. Und da werden wir von dir auch einen Teil davon haben. Ja, ich kann mich jeweils von Kolosser Kapitel 2 wortend davon haben, so dass ich jeweilig anblendere. Wenn ich denke an mein Leben, als ich dort lebe, was ich glaube, dann mag ich immer wahr, dass ich finde, was in mir ist, was nicht mit meinen Glauben stimmt. Ich würde ganz klar sagen, dass Bibelbuch unsere Rechnung, als meine Rechnung, das ist, was ich glaube, das ist, was wahr ist, das ist, was ich in meinem Leben will. Aber ich habe mein Ding abgeschlossen, wie ich meine Dollar anpakt, als in der Bibel. Und das ist, was ich mag in unserem Leben, wenn wir bei uns geschaffen haben, dass es immer wahr und immer wahr wird, und ich darf nicht bloß nach anderen Menschen checken. Ich kann mich checken, weil ich das selbst belebe, dass es notwendig ist. Und ich freue mich dort vielmehr, lebe ich, was ich lebe. Oder, wenn ich kiege, was ich lebe, lebe ich dort, was ich wirklich lebe. Und ich lebe es in Schöne wahr, um so ein Ding mal deeper zu prüfen, wer wir sind. Sagst du, du glaubst an Gott, lebest du dann auch, was du sagst. Und meist immer, wenn wir ein besonderes Problem sind, dort ist, wo das in Betracht gekommen ist. Und es scheint so, dass Anstände sind, das mal so gewaßt, dass es bloß nicht schafft. Und ich merke, wenn ich mit Menschen spaziere, dann sage ich so manchmal, wenn besonders eine schwere Zeit kommt, dann vor ich war, wenn ich in meiner Schule gewann hätte. So, gleib ich an eine schwere Zeit. Ja, wie würde ich sagen, sicher, alle Menschen haben noch mal eine schwere Zeit. Aber mir ist die Frau von der, und gleibst du da an? Oder ist die da bloß? Und so ist das mit falschen Gäste. Gleibst du an falschen Gäste? Oder sind die da? Ich sage immer, wir müssen klar haben, an was wir gleib und ab was wir gleib, um, dass wir von diese Träubles loskommen. Dass wir frei waren davon. Wir gleib das, dass wir sind, falschen Gäste, wir gleib das, dass wir sind schwere Tide, und wir gleib auch, dass wir an kaum für Kommen daunen, oder gleib wir an da? Weet ihr was ich meine? Ja? Wir brücken nicht an die schwere Tide, zu gleib. Mösser ist mit dem ein Pfarrer, ich gleib, ich finge dem in Psalm 51. Du sagst dir, ein zerschlagen und gebrochenes Herz wirst du Gott nicht verachten. So gleib ich an, wie man da ein verschleunet und gebrochenes Wort hat, damit wir für Gott bestehen. Wir können das so nehmen, nicht? Das war, das war, wenn ich dort war, dann wird Gott mich mal nicht verachten, so ich will meine Lebenszeit und verschleunet, ihr braucht nicht hart. Gleib ich dort? Oder lebe ich dort? Und so sind meine Dinge, wir müssen klar haben, dass Gott uns zu der Freiheit berufen, und dass wir hier nicht beinahe vorsehen, dass wir uns wirklich glauben, dass wir uns leben, und dann kommen wir dort. Das ist das, was wir glauben. Gleibst du an Jezus, als Arada? Das hat ich eier, in der Klasse. Haben wir ihn bloß als ein Arada angenommen, oder haben wir ihn auch als ein Heiler angenommen, woher uns heilen kann? Haben wir ihn angenommen auch als ein Rottjewa, und als ein Haar? So, vielleicht Gleib ich da nü, ich will Ihnen erklären, wir brauchen uns feiermal zu betieren. Ich habe in der Stadt einer gesehen, er hat sich achtmal betiert, und er hat danach nicht sich. Das holen sich nicht an Betierung, das holen sich an das anzunehmen. Dass wir dort leben, was wir glauben. Jesus hat uns diese alle Punkte versprochen, und dort sind wir nicht wie einstehnen geblieben. Wenn wir bloß noch einen Doktor fahren, vor einem Haus, und wir haben eine große Wunder, ein großer Accident, wo uns fehlt, zu besorgen und zu heilen, dann dürfen wir nicht bloß einen Doktor fahren, wir lohnen uns, zu heilen. Und wenn wir erst geheilt sind von dort, dort wir in den Haus fahren können, dann nehmen wir noch den Rott an, was wir wieder tun können, vor dem Wind. Und so steht hier wieder, so als mit uns Christen leben, dass wir das verstehen können. Diese Radung in die Heilung, in die Rott in uns Haar, das sind Staupen die wir brauchen zu gehen, und dort ist wie wir können das Leben wie wir glauben. Wir glauben an diese Radung, wir glauben an diese Heilung, und wir glauben an diese, an dem Rott, was wir fingen, und wir glauben an unsere Haar, was uns leidend hat, und das ist wo wir viel mehr an Trouble stecken bleiben. in die Heilung, das ist in die Heilung, die Heilung, die Heilung, in die Heilung, und in die Heilung, um diese Heilung, in die Heilung, zu kommen, dort ist gerade all diese Dinge mit ein, als wir wirklich dort, was wir glauben auch leben, tun. So viele Menschen, die predigen mit ihr Leben, das was, als das Gott sagt. Die Beweise mit ihr Leben, dass sie in Trouble sind, wo sie nicht überkommen können. Und das fing wie ein Fehlding. Ein Mensch, der in Depression ist, der würde sagen, wenn mir die Depression ist, sei er direkt dann, wo ich da und sogar beleidigt. So, wir glauben an unsere Depression. Das ist, was das dann ist. Wenn wir nicht an eine Depression glauben, und wir glauben an das Wort Gottes, dann haben wir Rot für Depressionen. Dann haben wir Lösungen für Dahlen beleidigt worden. Aber wir drehen uns an die Depression an und glauben da an. Und dann ist dort die Ursache, worum ich nicht beleidigt war. So ist es, wenn wir einmal unsere Arden kaputt sind. Ich sehe, wenn wir einmal die Christen sind, wenn wir so viel passiert, dann wir einmal fangen wir an zu ströcheln, fangen wir an zu sorgen, wo wir an zu gehen. So wir glauben an die Masse Arden. Und das ist, was ich Ihnen gleich habe zu erklären, dass Gottes Wort leid uns, dass wir die, ever diese Schwere Tide kommen können, mit seinen Worten sind. Was hat Jesus gesagt, dass er noch nicht beleidigt hat, dass er noch nicht beleidigt hat? Er hat nur geäußert, um zu sagen, wenn es die Jünger nicht verlaten hat, weil sie nicht beleidigt hat. Wenn es mein Volk, dass Jüdentum nicht die Däute machen will. Er sagt, dass sie eine Zelle ist betreut, aber um zu sagen, dass er heimat dort. Hy glüfft nicht an dort. Hy jenkephe book cover sein, and je zäme nie. Und praaget Gott, nehm dit weg von mir, ob er nicht mein wellen, die wellen soll passieren. Und dort sind die weh, wat wir leren, und wir glüffen an loszukommen. So sit man zerslagen und zerbrochen herz. Wir berücken das. Und dort zu kommen, dat wir ertanen, dass uns eine Laisung fehlt. Aber Jesus haupt uns röd uit dort. Und dat wir dort leben doen. Und hier is ein deep geheimnis. In ein Verständnis, wat wir triehen chanen, wo wir nicht derwe immer in den Twiwelset. Uns thamisch diese Klaassen, diese drei Klaassen handelt sich an unsere vertwiebelde Glaubenserziehung. Woer sind wir handeltrücken, oder wat do wir wiederplanten, an unsere familias nähen, mit diese vertwiebelung, wo wir bernend sind. Und dort wir hier diesen geheimnis, in Verständnis triehen, über das geheimnis, wat Gott für uns hat. Dort wir loskommen daunen. Dort ist mein Weit vor. Du hast ein groter Riktum zu erregnen. Und ich habe hier ein Bild, was ich erkläre, will, haben wir eine andere Klaas gehad, oder wir hier ein groter Riktum mit losluten. Die sorgen, was du hast, die kannst du bloß einfach losluten. Du musst das beheerst erkennen, was deine Sack vollsteine oder lost es ab den Hort. Eher kannst du losluten. Und solange sie sich erst sehen, nur die Arnd Klaas ist kaputt, dann fing wie das in Sack weg. Wenn es für Klaas bloß wach, dort ist die Ursache, weil dort nicht wird ever sein. Nächst Jahr wird ein Arnd geben, dann wird Peter schoffen. Und so jah mit Beleid, Junge, wenn die andere Person mir ist, was kommt an Bezahnen dort, dann wird mich dort leisen. Da sind so Dachte, so Sehns, was manchmal sein, wenn mein Papa einmal zu mir bezahnen sein. All das, was he getan, hat niemals zu gestoßen er er. Und wenn du mal komm und seht einmal sie er. Da würde mich so viel u tun. Ich glaube, dass das wird wird. Ich verstehe mich nicht so, dass das nicht wird, weil die als Papa zu gehen und bekanen, sagen das viel wird. Aber wir müssen dann noch verstehen, dass wir können das losluten. Das ist ein Saakvollsteiner, was wir mit tun. Wenn wir alle treten an die älger schicken, was die getan oder nicht getan hat, dann ich dem Saakvollsteiner mit. Und ich kann dem los werden beim Krieg. Wenn ich dort lewe, wo ich glaube, dann drohe ich dort an dem Krieg. Ich stelle und habe bekannt mein Toffes, dass ich glaube, und es ist Jesus Christus, dass ich betohlt habe. Wenn ich dort glaube, dann lewe ich dort. Und das habe ich zu nutzen. Das habe ich zu beleven. Das ist in geheimnis. Ich denke so, dass wenn mein Papa mal sei, ich sie arrecht, dann wie ich geluist, aber die sagt wird nicht raufkommen davon. Wenn du dann wirst kommen sei, dann wird es zwischen mir und Papa geluist sein, aber ich würde danach das zu drehen. Das ist die Teufel schaft. Und hier ist die jälein hat das we kennen einfach ist das oder das hier wir sagen das die draagt die los mat und das ist ein karakter bild von wie wir im ho tunen. Wenn ich grabbel über die Fehler, loht es sein was Gott getan hat me, so ich sage, die aren verheld, oder der der vielleicht nicht der rege was, wie keine Kontrolle hat, Gott hat die Kontrolle über die Natur. Und dazu drehe ich das nicht an an. Was do ich dann? Dann drehe ich das a lost ab me. Und wie kann es sagen, jeder stein was da im Regen ist, als eindes flecht, die schuld, die ich bei der kredit union habe. Das andere ist die schuld, bank habe. And andere ist das Geheimnis. Seht doch mal was Gott ist. Gott ist so leift tollig. Er lasst uns nicht reinkommen. Das haben wir erlebt. In 1975 ist einmal nicht reinkommen. Aber wie fehlt er in Atem? Ein reinkommen. Er hat nicht einen arnd. Gott sei Dank. Er weiß mich wie er will. Er sagt mir dass mein jesehn ist das Jahr war. weiß. wie er ist die arm ist ganz. Ich würde sie weggenommen. Nein, er ist nicht. Er ist nicht. Er ist nicht. Er ist ein Geheimnis. bauen. What got that mit uns? So sind viele von diese Dingen, wo wir gerne zicken, losloten. Ich bröcke das mit einmal mein Leben und alles loszuloten und Gott zu übergeben. Die in die ganze Zagvallen, weet ihr was das? Ich sage, schmied je nicht, sorry, you're not me. Loot das los. Wir sind manchmal so, ja, okay, Gott sage, ich soll die Zorin in die Arm drehen, dann drehe ich dir auch in die Arm und lege meine Schnee und sage, verteile mal meine Trubbels. Dann habe ich dann die Jeft. Dann stöte ich ab und becheck die Trubbels wieder. Wir haben nicht losgeloten. Wir haben die Hand gedreht und dann sage ich dir, beschuldig bin ich manchmal Gott, ja. Du setzt hier. Und was passiert? Wir gehen vielleicht mit einem gerätteren Losraum. Wir haben es noch ein Ding abgenommen, noch eine Beschuldigungsstunde abgelegt und wir checken noch Krammer auf. Eine Taschung drauf noch mit. Und das ist, was passiert, wenn wir nicht losgeloten tun. Hier sind mehrere Dinge, die wir hier rutschen können. Ein Ding ist, dass du deine Hänge abhebst. Hier sehe ich Gott. Ich loot das alle die, und hier sehe ich. Ich finde, wir haben die Versch, wo das sagt. Das ist hier, glaube ich, in 1. Timotheus, zwei Versch. Ach, jemana soll er hell dir hängen abheben, tolle Tide in den Beden. Und wenn du hell dir hängen was abheben, dann kannst du nicht viel, sag, Steiner, da bin ich. Dann brauchst du losgeloten. Dann brauchst du wirklich losgeloten. Dann kannst du dort leben, was du glaubst. Bislang du fast packen, da ist, dann blüftert nicht durch. Hier verborgen es ein daipa Schatz, welchen zu sein. Wenn du welchen bist, mit dem losgeloten, wirklich Gott, dass du ein daipa Schatz, was du hast großartig viel regnet. Du hast, was sehr viel von seinen Versprechungen mit einem Kommen getan. Dort kriegt Christi unsere Gotteskraft. Losgeloten von unseren Schwierigkeiten, und wirklich dort leben, was wir glauben. Ihr lötchen nicht verfehren. Die vierde Versch, Kolosser 2, ist in so einer veränden Kapitel, woran es halb in der wirklich von uns ütl die Ordnungen losgeloten, die daipa nenntegon. Ihr lötchen nicht verfehren, mit allerhanden vernünftiger Reden von Menschen. Woran auch so goe und schien Hasen, in Gott sei die Leben, da hat wir jetzt drücken ein bisschen von. Da sind allerhanden gauw die Ordnungen, die bewiesen sollen, wie glauben an Christus. Einigkeit. Wir haben jetzt von Einigkeit, hat das den Schmack. Kooperativstall war, dort schafft. Und ihr meint, habe feine Rehle, gerade so und so jettet, sind sie ja gerade nun fast in Glauben an Gott. Überlebst du das? Das ist die andere Frau. Hast du wirklich das in heute benen? Wo habe ich Jezus angenommen? Da sind so viele Menschen die reden von, ich habe alles rüttchen geeft, ich sie ganz um lich kommen. Alles bechaant. Und dann für unsere wird kommt, dass ich wieder zurückgefallen. Ich sage, hier sind Geheimnisbeine, ein großes Rüttchen, was zu finden, an dem Glauben an Jesus Christus, dass wir an ihm hart nennen riehen tun. Und wir fingen so ein klar, dass wir das nicht abfallen. Dann kommt die Teufel zurück und tragt die Waren an. Und das wird wir in Ewa sein. Wir leben nicht, was wir glauben. Wir sind verbiestert und vertwiebelt über die Sache. Wandelst du so, wann Jesus in dein Leben ist? Da wird man reden von Ewa scheiden. Ich wünsche man, man kann Ewa scheiden. Ich finde man so, ich sie immer noch so ist natürlich gebung ein ganz einfache Ding, was ihr vielleicht nicht würde glauben. Aber ich verlang war ich vor. Und ich sage mir einmal da, vor den Bähler besied. Ich weiß nicht, wie mich dort manchmal Charme verhaft. Wenn es dort war gesteit. Aper vorm. Und ich sage nicht, dass es nicht sinn. Aber ich hat mich manchmal so, Mensch, kann einmal war ein Haus für vormere. dass ich so fast bin, dann denke ich, mein ist super. Aber ich habe dem dort. Wenn ich in Schnopps zu verbinden, hat ihm doch eine Charaktion mit hat, wenn ich in Bähler sehe vor. Gott helft me vor. Paul schrift ich sind Gefangene an Christus. Aber ich darf nicht lernen, Gott sei Dank. Wenn ich habe, dass ich war belehnt. voran, dass wir nicht verfehlen, Leute, von all dieser Vernunft geredet, was alle haben die ordentliche bewiesen und wollen bewiesen, wie wir haben fast den Glauben an Jesus Christus. Und das sind ütale ordentliche. Ich sage, ihr soll, wir haben die Einigkeit, aber wir haben die Einigkeit im Geist. Das sind zwei verschiedene Meinungen. Ein Fäuser Feier lebt das klar, dass wir alle haben und die Einigkeit am Geist. Du bist ein Gott, du hast bloß einen Tauf, du hast bloß einen Glauben. Und die Einigkeit braucht, wie das Einzige Geist ist, was uns abfällen kann, wo wir kommen und chennen. Viele Menschen haben viel Einigkeit, aber nicht Kein, das und jetzt. So, Ordnung merken. Da wird einmal was gesagt, dann nicht haben wir das Ordnung. Kolonie. Ich habe ob eine Kolonie abgeworfen, wir waren in einem Komitei-Meeting dort. Dann haben wir eine freche Rehe gemerkt. Und dann wir denken, nach Kraken, sagen, Junge, Junge, wir. Da haben wir einmal eine Rehe gemerkt, wir haben uns nicht Freheit verbieten vor. Ha, ja, noch mal, lefde ich war am des Ats. Nicht vorbivoren. Und ich war ganz direkt, wie ein Mann ich dann dacht. Das ist das, was mir eine wenig hat vorbivolaten. Und ich soll dem hingen an vor. Das ist was sie bereit hat. Ich habe es in Jezatz. So sind Ordnung. Ich rei mich ab da. Wann. Weet ihr woher das Jezatz war? Ich wist du auf die Meeting wird das direkt als ihr oomtje. Die hat ihr gesagt, dass es die jungen bangels haben vorbivolaten. Die sollen hingen an blieven. In einem wurde das bestimmt. Das blieb hat ich mich alle kloppen. Alle die oomtjes waren nicht beredet was die jungen bangels war doan. Und ich wie einer von die jungen. Ich kam an die Zatz na. Wo ich leben mußt. Die dann ist wie angehörsame. And der fuhr ich hingen an. Auf das ein mahn jungen vorbiv. Wo ich denke. Dass die Zatz wüsst. Hier bin. Das wie ich lebt. Und we wie wir können frei werden. Ich will euch nicht erklären. In Jezus selbst sage ich dass ich nicht gekommen die Zatz weg zu nehmen. We wie das schafft. Von da an pleut mit Zaja wo ich vorbiv wird. Da die die sind open bohren. Das wo ich ansache dass ich sie auch ich wenn es mag dass die man jankert mir vorbiv vor das andere wird es am Schafchen mahn aber danach dann stottel berät wir dann fuhre sich schmack zu sehen und weise vor vor vabiv. So go am des Arz und da bleif ich hängen ich weise no no ich vor nicht vabiv. da hielt ich schmack der reil. Wo ist dass ihr seid nicht auf ein meeting bereid dass wir hier sind. Und das ist das was wir los vor. Sind wir gewartelt auf das was wir glauben oder sind wir gewartelt auf was wir leben? Nun wird recht wie uns und Entscheidungen machen. Ich rede mal mal ein Aum und dann red wie krank von dieser Sache und dort ist an mir sehr klar geworden. Er sagt mir wie du nicht meine tscheche nur wort das wird Gottes sagt. Wie du Entscheidungen machen nur wo die Anstände sind. Wenn du in Trouble bist und gemeint wir setzen uns alle top und bereden uns wo wir mit das Trouble war vor dich worden. Und du hast nicht einer wat die Bibel haft und er brukt. Wir däun bloß zäten und wann hier ein Trouble ist und das bräu die have so und so däun wat jäun an zä reil is dann bered wie wir den bestroffen am dat die ab geht mit däun und dann sag die nächste wat wir da mit Jana däun die have me so däun wat die verdreuen wann wie dem nicht stroffen oder wat däun dort verdreuen wann wie dem stroffen und dem nicht na dann jäun die tisch und wat dort na sag die andere na jo bei Jana have an ähnelt däun dort läckert sich mit dort na jo aber wie kann ich alles aufschnieden wie brücke der welt na wat diskutiert wat do wie dann sag ich dem well da war sich eigentlich wie waren dann diese zwei ne bestroffen und jäun war bloß warnen na war mal sein wird dead mit finger schaft waren da nicht schaft dann mit versträhen ja vorn weet dat sind gode meininge dat zitt nun soja gode eignichthet dat sind ütel die ordning in gesatzen wie fingen nicht dit en gesatzen wo ich isch vata von min verbi vorn en aquel jund sah en dat ist nicht direkt dat dan sah he kan dat nü sein wer wie am gesatzen sez schein aus ek leid mi am gesatzen en lehn mi do on so schein would eignichthet konnet los loten so schein would eignichthet ha konnet los loten wie ek wie je wartelt op gesatzen en wie channe die wartel los war ach davor sag wer we ans nicht lot bestellen von all dit gesatz lehven wie loten ans fehl man sind fred en genud bestellen von dit gesatz lehven sag man mal wann die regierung war ein gesatz me so so van davor dagen lehn me do my man wie zann so go my man an se tinge dan vertel we van word dat nie allah wat je doen en word dat davor Das ist nicht eins. Wenn du was mit Leib und mit Frieden und mit Frieden, das sind die ersten drei Wörter, was Galater 4.22 sagt, wenn du die drei Wörter allmah hast, das sind die Sätze, das werden kostet ihr Leben. Hast du mal an gedacht? Das sind dann, wo viele Sätze die Gemeinde haben, wo viele Sätze die Regierung merken, aber die können nicht in die Sätze merken. Jägen die Früchte des Erstes. Die kennen nicht. Das kost ihr Leben. Und das ist das gleich. Wie kennen loslaten von das Jahrzehnt? Wie sind vielmal so gesonnen, dass wann die Gemeinde, oder die Oums, oder Ans Präsident, oder die Darbschuld, wann die weinsmal das Verstand trage draad, dass die mal wist von Menschen Frieden. Und das passiert nicht. Das passiert derg, wann wir loslaten. Das ist was passiert in der Zeit. Das ist was mit wie keine Troubles überkommen. Tien der Verrsch. Und arm sind wir vollkommen. Weet ihr, wann wir berglich, dass die Sätze und ans Hord loslaten, freienmärken, da an, als wir vollkommen waren. Da an, als wir Götzine, Heiligkeit, openbohr wird. Weet ihr, wann wir schwürden, die Sätze los, nom Präsident kommen, und spazieren mit arm. Das war meine Hälfte, wann wir zaten reden über dem. Und so ist es doch immer der Prediger. Wann wir hier saatslos und leuw würden, mit der Prediger gingen, spazieren, da würde uns viel mehr wegfallen, als wir zaten reden über dem. Da büüü wir uns hier saatsvasten, wie holen wir uns da an. Hier sind große Geheimnisse. Da hat wir wirklich, erkannte, was da von der Frucht essen, was da von der Kraft essen. Wann wir denken, nu wo ich dem Mensch mal trage leren. oder ich gehören und fragen, und all diese Dinge. Das ist eine Unterschiede. Das ist eine große Unterschiede. Und es kann leicht sein, aber wenn ich habe eine Frau, ich sage, ich habe keinen Satz. Zum Beispiel, das wurde ich verteilt, von meiner Geschichte, mit der Verbiefahren. Wann eigentlich, ich würde es nicht gehen, und vorstehen, hat ihm verkleucht, das Mann, die Foto sieht, und weil mich verbieloten, warte mal direkt daunen, da ist nicht trüe an das Gesatz, was wir gemerkt haben. Wir haben berät nicht vorbeifahren, und die Foto sieht, und wie ist es mir vorbeifahren. Die Foto würde sagen, sie ist dankbar, dass er das hat. Oder würde ich sagen, dann würde ich gerne eine Strophe, dass er mich vorbeifahren hat. Weißt du, das ist nicht live, das ist nicht, was ich da nahe, ich kann nicht mehr erklären, was er das ist. Aber das ist kein Gesatz, gehen. Und andere sind live, und andere sind verablaufen, das ist kein Gesatz, wenn. Das ist bloß ein Gesatz, für die wir am Foto beifahren, in Trouble macht. Für die haben Gesatz, die machen wir ak. Und das traf an die Nase, was er Gesatz, wie leben will. So das, wo das crashed. Das wo das tippt drauf ist. Und hier ist das Geheimnis, was wir fingen, was von der Groote Kraft, das hat, weißt du, was? Wenn ich vom Gesatz, da, wo ich vom Gesatz losleicht, dort wie an meine Gote Frinn, und da wie doch alle Onkels, wo ich leicht in mir. Ich weiß nicht, ob sie da, wo ich das ehrt, dort weiß ich, wenn sie leicht in mir vorbeifahren. So, wir lebten nicht im Gesatz, dass wir an Lai, wo das Schoffen died. Und da, hier ist das Geheimnis, wo wir beide leben können, wo wir keine loslaten. Auch der Fall ist red von der Beschniedung, mit hängen, oder die Beschniedung, was im Wort passiert. Das ist gerade die Unterschiede. Wer mit hängen beschnieden ist, der muss, sich Leute beschnieden, ob dort ihr könnt, in Jüd sein. Und nur redet von, so eine Beschniedung, was nicht mehr hängen, hier passiert ist. Das ist eine Beschniedung, was wir im Wort schriegen, wo wir loslaten haben, von Ansak Steiner, und wir haben auf eine Hänge, hier sehe ich, dass eine große, gewollte Karof bin. Noch ein Bild. Kolosser 2, 14, 15, 16, 17, ein interessantes Bild. Was sage ich das hier? 14, der Pfarrer sagt, er hat die Satzungen am Krizz vertilgt. Lauf die Himmel nähen, die Satzungen kostet den am Krizz, Jesu Christi, und die vertilgen. Er kann, die Mulde kostet begroben, dass ein Graf, wo die den Anleihen ist. Dann sind die Satzungen da unheim Loch, bei ihnen, in unheim geschäffelt. Die durche, dann nicht bei ihnen leben. Die kostet, erfüllt worden, mit Ewa der Ola. Und das ist die Ries Christi. 12. Pfarrer sagt, wir sind begroofd durch die Taufe, und wir sind abgestoenen durch den Gloven, dass wir leben in Arm. Nu sind wir dood durch diese Sünde. Wir sind dood durch das Gesatz. Meint das dann nicht, dass ich ein Gesatz ist? Jo, das Gesatz bleibt. Sinn ist immer noch Sinn. Dort ist nichts geändert von dit. Dort, wenn ihr alle sind, die keine daunen? No. Allmählich. Dort traf ich warum die Satz nahen. Aber was ge passiert ist, wie sein Rüttgerad uit das Gesatzleben. Dat ist was ge passiert ist. Wie dürfen ich mich an dem anderen nahen schuven? Wie dürfen ich mich an dem anderen beschuldigen? Wenn ihr das werdet fingen an ihren Hort, dann seid ihr trübelslos. Dann lebt ihr an der Leinhette. Dann habt ihr noch viel der Leinhette andere Menschen das zu vertellen und ihr auch loszuhalten. Und sie gehen, wenn ihr früh vergrinst ist, oder die Mann. Courage ist. Hast kein Trübel. Du darfst nicht nur die Mann in der Frühwiesen. Die kostet bloß checken, was hier bei einer ist. Der Bischbel, wo ich in der Heimel sei, wenn meine Frau mich sagt, der Wort verjahst du immer, was ich vom Stur bringen soll. Weißt du, was die kostet? Du hast eine Jeleinheit, das wird immer. Der Rüttgerad in der Garbage nennst du schmieden und andere kostet Brücken. Die Jeleinheit hast du. Wenn du das Wort immer hier in der ist und du nimmst dort nennen, dann kriegst du den Satz nennen, wenn es dort nicht wahr hat. Er kann allemal nicht. So würde was die mit einer Wahrheit schon merken. Und sie sagen, mach es alle Dinge. ein paar leiden. Einerlei erst, das wird immer stammt nicht, was sie sagt. So, dort kann ich ein wenig Brücken, dort schmied ich in der Garbage nennen. Das andere denkt, dann kriege ich noch eine R, oh, warum da sie dort? und dann mach ich mich vor zu klar, sie hat noch ein Sack Steine mit. Das ist ein klem mit Fleisch an R. Und ich muss an R. mich auch wenn ich fast keine Fleisch Brücken oder sein Haft was Fleisch ist da Bann und was ich mache dort? Und da sage ich das sehr fern, wie ich keine Beden für dort. Das ist eine Sinn, ich tun da. Ich kann bloß Beden zu Gott verjaff meine Früh wenn es haft was Fleisch gibt. Und weißt was ich da mit bloß Beden zu Gott mag dem so tun seine Energie seine Kraft mache direkt durch Daut. Er will durch meine Früh mit ihr bet fleischlich melken will er in vier anstecken zwischen mir und er und ich verjaff meine Früh dann ist was ich die Teufel kann es tun Das ist alles los Ich lebe nicht im Gesatz Ich lebe in das Geheimnis und die grote Riktum von das Geheimnis was Gott für uns hat und weißt ihr was wir alle sind leben dort ihr geht die 12 klasse geht und ihr selbst verstanden wird in ihr Zeit und ihr das macht dass ihr ihr seid in ihr schoft und weißt ihr wir können um die reeds gehen und diese saats song begroven wir der nicht an ans wat ha wie can det los lot wir haben ein them an gong von ans gewessen wo wir an gewessen das ist kein wichtig ding was wir alle gelehrt haben alle Menschen haben gewessen nicht bloß wir gewessen aber ans gewessen dort es sehr viel mal gelehrt dort stört sich an die saats was wir gelehrt haben und das sage so gore dass das gewessen mag saats und und wor ist dort all das saats was ihr merks habt wir denken das bloß ein biespil für die zukunft das Gott hat ge saats ne bringen das hat wir sehr klar an eine klasse das es dem die sind open boren das ge saats schaim do be am dat wie muss alle die sind sein und ans gewessen es viel mehr an dat je bist und mir hat ein bisschen von das gewessen zu reden was ich sage in der 18 der fahr sage das lo te nicht verfeeren von alle honte egen send je ab gemelkte dummut jeslich t hat ab gemelkte du mit alle honte saats zong loot je nicht von tot verfeeren so mänse würde sie nehmen wel dan wahn an sie je mind an so viel die saats haft en ek wahn mich verfeeren loot dan wahn jett nie mal mit dis en vahers wiese gau die zand arach ek kan er hier sein in dat ex all mich van all jene dom hätte verfeeren looten weet j wat an pass het wie hool den selst in saak steiner am hoort wat we kennen doen is dat los looten dat we ons nicht looten maar dat schwo merken want die chance dat de water reilen en de zand reilen en die mokker reilen even een zandje opgestalde dem uit dan stop dat na garbage dat woord haan heet doe nicht dag vir dag met dat ram dreilen en weet je dat krijg an strubbel wie pakken dat ons als ik eerst zeet wanneer fleischlich zie dan woord ek mine vroo na monate beleidig zijn en dat eine woord ama en ek woord met dat ama schofe en woord dat ama verhaal en woord ek met dat ram wat je af dat van uitgescheid dinge zo as het woord en veel gemeentes passeert spal dinge woord wens wie ama maar dat negatieve schofe wel wat mool dat dat we niet hab gezegd wat wat zel wie denken wat dat wo loopt wat goed het wat waar het is en dat ding wat we ons mool vertiefen dat is waar we we leven chan we brocken deze ding los to looten 20 safar want we werkelijk mool zijn van deze menschliche saatz loos komen door den geloof van christus wo we wel wie ons dan ware treng dan schlapen loten ware we kan twee we on d denken wanne ik mal van die gemeente los komen maar dat waar het is waar die sats hoff en dat is een waag van denken maar de andere waag is van denken wanne du werkelijk dat bij krize liggen geloof hoff wo dan was die ware on die hoot met dat schoven Wenn du den Weg gefangen hast, du kannst loskommen, du darfst dann nicht beinahe gebungen sein, worum fangst du den Waren an, um zu schaffen? Dann war ich bloß Waren gebungen. Worum lädt es dich? Ich sage dir, worum lädt es dich? Und ich weiß, wie trägt es euch erst. Worum lacht ich mich, wenn das Wort, was meine Frau einmal einmal gesagt hat. Die sage ich nicht immer, immer. Die habe einmal einmal gesagt. Und weißt du, warte, dann gehe ich direkt an das, was wir fangen. Dann eine Zin hat die ganze Welt umflug gebracht. Und ein Gehoorzaam hat die ganze Welt freigemeld. Won't work better. Won't well wie lewe. Und das, was wir hier an unsere Brief enthangen. Und dann hast du, ich schwere mich, die sage, du sollst das nicht tunen. Du sollst das nicht anschieren. Das sind alles Menschen, die ihr Boot dann an das Leben, die in ihre Hände verzehren. Das wird es sein. Worum machen wir uns schwere, man? Wenn ich so klug sehe, und weite, du hast nicht ein Gesetz zu machen für mich, wird es direkt auch nicht so klug sehe, und lasst mich nicht ein Gesetz mehr. Ich brauche mich nicht zu lassen, ein Gesetz mehr. Ich habe rein, ein bisschen in Trübel, wenn das Speed Limit, sei wir auf Englisch, die, wenn ich gerade auf Deutsch, die Speed, was wir vorhin schon hier haben, wenn dort auf den Tag hatte ich das, dann fahre ich, nein, das ist eben nicht. Ich brauche mich nicht an das Gesetz mehr halten. Wenn sie sagen, ich soll Tagstuhl, das ist ein anderes Ding. Na, warum soll ich nicht Tagstuhl? Kann ich Tagstuhl? Kann ich da? Du habe sehr viele Ordnungen, wenn ich Tagstuhl. Und ich sage, da sind sehr viele Rätsel, die wir durchkennen, was du nicht jenem Gesetzes hast. Aber ich finde die Rätsel nicht. Dann nehme ich mich mit ihm an. Die weite all die Rätsel, die kann ich sagen für mich. Und ich toll, was sie sagen. So hat wenn die Tömer mal ein Stuhl trägt mit einem Mann, er sagt, ich sehe, ich bin aufgerechtig, wenn ich über die Grenze vor, da habe ich ganz klar, ich stuhl vor Gott, und ich sehe aufgerechtig. Und wo ist das dann? Ich sage, ich weiß manchmal nicht, ob ich sie. Oh, na, er schreibt jeder Bieter ab, was er schreibt, er weiß, duzent Dollar kann ich eben nehmen, und dann nehme ich das eben. Duzent Dollar wird, nehme ich eben. Und wo ist das dann ein bisschen anders? Oh, ich weiß dann, das ist was ich mehr habe, das ist was ich meine Trauze, und dann muss er das gut sein. Oder das muss, ja, wenn es das ist, was ich sage, ich sehe das drühe. Na, dann wollen sie die nicht glauben, und sie wollen das aufladen, weil ich sage bloß, das ist was ich habe, das ist was da oben ist, wenn dir das nicht gut ist, die laden auf. Na, laden sie mich vor. Okay, dann wirst du ihr Saat und ihr tun. Ja. Weißt du, da sind verschiedene Wege, wenn ihr Saat und ihr tun sein. Ich sage, wo ist das, dass ihr Saat? Na, ich würde gleich in Mexiko City, du hast das gemerkt, du würdest ihr Saat sein, und dort wirst du dann und ihr tun. Okay. Ich sage, weißt du, die Wur dort durchgemerkt ist? Na, ich weiß nicht. Weil ich sage, dann tue ich vielleicht auch, aber ich habe das auch anders. Ich komme da bloß nach, und sage, das ist was ich mit habe, und wenn er sagt, das kostet ihr so und so viel, na, dann tue ich ihm dort. Na, sie tue ich jetzt die Saat, und ihr tun. Na, dann darfst du ihn betäupen. Na, ich sage, ich betäup ihn nicht. Wenn es für mich, ich sie um die Saat, wenn ich an den Monat haben, wird die Uniform anhaft, wird sie in Titel haft, dann sieht er um die Saat. Das ist für mich. Und was er sagt, das ist recht. Wenn sie von Mexiko City hat, sie dem Dorf die Reins angestellt, tun wir da abhosen, und das, was er sagt, es ist mir gut. Das ist ein Weg von denken, ja. Säge, wenn ich ihn angestelle, wie ein Wisswort der Feigen, und das Wort ändert, he stappt sich da alle noch ab, dann glaube ich, soll es die Saat werden, mit der Saat tun. Das glaube ich. Aber ich kann nicht, ich sehe da nicht alle, wer da hingeht. Ich brauche das loszuladen. Ich sage, dann ist gut, wenn du den mein Frieden wachst, und ich wird das mein Frieden, dann werden wir bei der Saat von hier und sein. Wenn du die so glücklich aufhosen, ich würde mich nicht glücklich feilen, mit dem Mann, mit dem Revolverhängen haft, mit dem Metz abhaften, dem sei, du wachst aufgeladen. Dann würde ich glauben, hier würde mich der Hängt abschleuten, und stappen mir ein Stoffchen an. Aber abend hatte ich sie nicht. Und dann steht da, so aufgeladen, dann führte sie gleich zum Faden. So verschieden sind diese Dinge, aber der Hauptsache, hier redet ich von der Seite, die Dinge. Wo das hier bin? Ich kann das so ein Haus nicht feilen, wenn ich mit meinem Metz habe, ich soll, und ich fahre an, und du mich ganz oschulich an, und ja, ich habe das mit, wenn ich was habe, ich da aufgeladen, dann sage ich dann auch, kurz vor, ich fahre auf ihm vor, und ich sage, dass ich mich am Metz habe, als ich gefriert habe. Dass ihr Satz ist hier bin. Dass das nicht steht, was er da sagt, dass ihr hier bin. Und dort schaue ich mich herum. Dort sind Gott gesatzt, und dort sehe ich sie dankbar für. Aber das andere Ding ist auch, wenn wir abrechtlich sind, dort ist auch hier bin. Dort läuft durch. Dort haben wir uns auch abverloten. Und das ist ein Ding, was wir mit dem Klochen haben. So sind wir diese Troubles. Nächste. Viele von diesen Dingen haben sehr gut erschienen von der Jeschlichkeit und der Heiligkeit, aber die tun uns sogar ans Fleisch beklagen. Wann da ist, wo die Ordnung in den Markt und das sagt dann, dass viele von unseren Jesassen, die in den Regierungscheiden, die bewiesen, dass das dann död wurde, werke das. Ich sehe, dass ich nicht an all diese Jesassen leben. Ich lebe an Gottes Wut. Ich lebe an Frieden. Das ist, wo ich an leben, aber da sind die Jesassen. Die sind da. Aber ich lebe da nicht an. Und das ist, was wir morgen tun. Die beklagen uns. Von den ersten Tagen in Kanada, wo ich an unsere junge Menschen denke, die können am meisten nicht was anfangen. Die Jahre Zeit, dann können wir hineinhaben und schlachten, die verkaufte ihre Nummer. Wir haben eine Kau, die wir malten. Wir haben eine Kau, die wir verkaufte dort. Wir haben eine Schwingen, die wir ab und schlachten, die wir verkaufte Fleisch. So, die wir uns fangen. Von den ersten Tagen sind alle gesatzt, die kosten nicht eine Kau zu vertreiben. Und ich meine schlachten und das Fleisch zu vertreiben, die wir alle durch den Speichdachstuhl. So, da sind gesatzt, aber gesatzt, aber gesatzt. Wann sie einchen fingen, wo die Hafe rewe, mal getrunken und es krank geworden, davon, gesatzt, die mag schein, aber ich kann rewe, mal getrunken. So, da wurde gesatzt, er war gesatzt, ich mag, ich schick so nah, dass es ein Untergang, dass wir zum Tod, ich will nicht für das, so nicht gemeint ist. Wir haben das gesatzt, Gott hat das gemerkt. Und wenn wir waren, das ist ein Friedhelm, dass wir wirklich loslaten von dort, dann bräuch diese jazze nicht. Wann wir jazzebräuch meinen, so ist es eischwär, dass manche falk, leid sich nicht mehr von Gott ist gestroffen. Dann muss ein jazze gemerkt. Und das wird Gott gelegt, am dass die Zinn soll openbar werden. Und ich mag das manchmal an mich selbst, ich bräuch auch jazze. Wann ich einmal anwoh, dass stop sein, genan je pare, joh, das sind so eine rote saß eiche bieter bleich. Die stohne somewhere ohne Goss ab den Acht. Und ich habe gemerkt, dass zusammensteht, er hält mich vor, ich nicht mehr stelle. Dann traf ich um die Satz non. Und ich bräuchte dort manchmal zu meinen Briefe, wo die sind in mir aus. Und ich mag das charakter, mit meiner red. Wann ich da ist überall, dann werde ich anders sein. A fehl maier ding mit euch überall. So, wie traf und das jaz non. Aber wo ich habe das los war? Hier bin. Ich will nicht deutlich merken, dass die chan glücklich sind, weil die eben jaz kon. Dort open Bordchen sind, je feiler wird. Und das chan nicht bloß von Jan Präsident wird, die chan hat. Und das will die andere chan. Kolosser 3 1 sind wie Christus abgestoene, dann seht was boven ist, wo Christus ist. Da sind wir verborgen. Da sind wir ganz beschützt. Wer wird nur da tragt, was boven ist, wo Christus ist. An sie gewasse war auf Himmel verwirrt, der ich wot. Der ich wan wie ding down was an gewasse ist. Da will ich noch ein bisschen time machen. Das gewasse ist ein sehr wertvolles Ding, was wir kriegen. Wo weit je wot ein gewasse allein wie fing ein reimer up nach ein vers der sagt, die sind glücklich, wenn die ein gewasse merken. Das ist von 2 und von 3 und bin ich glücklich. Die sind glücklich, when die can gewasse merken. worden als wir arre oder reich tunen. Das ist ein gewasse. Und ein gewasse hat jeder Mensch, ein Weltmensch, auch ein Christ. Und wenn wir mit klar haben, dass das gewasse ist ein weitvoller Ding, das nicht ein schädel, das ding. Weil auch sagt, wir sollen uns nicht gewasse merken. Er sagt, danach, dass wann du twiwels er was, dass das gewasse Dort wirkt es in Sinn. So wir können nicht an gewasse gehen. Und hier sind wichtige Dinge, was passiert in eure Lied? Dort je nicht dass du als man in Früh nicht magst jen ein gewasse Ding tun. Wenn es feilt, es eine sin hat, dann ist die e lecklich. Wo doof wird das an? Wenn die von jung auf an gewasse hat über so ein ding sehr gläuliert und das soll wie loslaten. Weil hier war feilt diese Transformation. Das eine Beziehung das. An gewasse wird abgebüht über verschiedenste Dinge. Besonders wenn wir in Gemeinde kommen, dass sehr viele Regeln in Ordnung haben. Da hab ich alle gewasse ab das gebüht. Und dann bloß mit anderen. Wer das beleift hat, weit wo schwor er das. Da fängt sich nicht trage. Da weiß all das hat keinen Grund in der Bibel noch, aber wo kann ich das von meinen Gewässern loslaten. Hier ist neidig, dass wir hier klar haben, dass die Ändernis am Hort erst beleven. Waren wir brücken das Gewässern um nichts zu drühen los zu lüten, wir nehmen und das war an. Wenn wir dort werden vertweifelt sind, dann schafft das Sinn. Und das Gewässern muss transformiert werden. Das muss erkennen das Geheimnis und Gott schafft das Gewässern. Wenn wir das erst tun, dann wir loslaten von das. Wir brauchen das Gewässern. Das wird die Geschmack erklärt. Wir wollen nicht ganz über gehen. Aber wird das sehr klar was das ist, wenn wir den gewässern. Und das hört sich so, dass die gewässern waren, eine Verklärung sind, und das ist. Das kann nichts tun, nichts mit sind. Aber wenn ich denke, was mir jenem gewässer ist, zum Beispiel in zwei Bock an der angeschmieden. Das ist mir jenem gewässern. Wenn ich das dau feilt sich nur in Sinn. Sogar wenn ich verstockt ist, wenn ich verpilzt ist, mit den zwei Bock an und das was an mich abgeblüht, hat nichts mit einer Sinn zu tun. Aber ich erst klar habe an mich verpackt das tun, dass ich glücklich sein. So sind viele Dinge. Wir sind so geliebt, so so gekleidet worden. Und wenn wir anders tun, das sind gewässer und schaffst es einen Sinn. Die Bibel sagt das und das hat. Wir brauchen erst loszuloten. Hier brauchen ich das Beispiel von Räumer 7, wo das zeich von dieser Frü. Erst man als erster Mann dood sein, wenn ihn im zweiten gewinnig haben. So man das gewässer transformiert. Man muss erst klar sein, dass das was am gewässer hat, das am gerietz drehen ist. Das ist dood. Dann kannst du in frechst gewässer haben. Dood es gerünt op dem heller jäst. Waren du nicht die in gewässer beuh sagt, du mag die nicht gewässer. Du bist glücklich, wenn du ein gewässer abmachend ist. Meint du hast nicht? Nein, du hast ein gewässer. Was du Christ besser nicht? Ein gewässer hast du. Gott hat uns gegeven. Das ist ein gewässer . Das was uns geben. hat wo mit diese ding prieven gehen. Und we haben gewässer in Brücken. Da ist ein beit wenn die wässer auf ein hängen gön. Dann würde die die auf schieren. Gott hat von es feit gön. Nicht hängen. Und ähnlich ist wenn du ohne gewässer wässer gön. Dann wirst du im trübel kommen. Die Brücke. Du kriegst ein janker. Janker sind fähne dink. Sommens hat ein goeie bet wenn mich nuss janker wenn sie kann doch goeie. Weil wenn die ein janker hat wirst du dann viel krank. Ähnlich ist mit gewässer. Wir Brücken sind wütvolle dink dass wir ihren und achten auf Gott sind wach. Wir finden das so viel dass Menschen den gönem gewässer ist. dann kommt ein pator wo die fähig klaus von heute wohnt das Peter. Dann do wie mädchen von schleich mit Peter okay dann wo wir das tun und das mit Peter ist so schleich aber es immer nicht do wo Gott uns will haben wir haben bloß nur uns verstanden und versuche Peter zu merken und dort will wir zu merken dass wir uns nicht in Gewässer merken tun und je doll wir loslaten von all diese Satzungen dass wir frei sind in Freiheit leben do es wo wir erkennen was uns Gewässer hat und er sagt klar wenn du in Leib bist und das sind die Früchte des Juistes wenn wir wirklich in Leib sind dann kommt das an dass du die Gewässer gericht aber es kommt nicht mal an dass in anderen die Gewässer was beschädigen und hier sind wichtige dink dass wir dort nicht tun wie keine so leicht ein mensch sei dort ist er hebt nicht was du hast dort steh nach hier im Gewässer schmied dort mal wach aber er mag diese Verwandelung beleben dort er er chant obwohl er sich hole kann weil er nicht ab sein Gewässer will und dort wie davon loslaten und nicht wie man rechte we im Gewässer hafen ist sehr wichtig wie kann es so leicht nur no bar dar no bar kallan no bar to wiesen ja so hat er er hebt nichts was das tun du trafst nicht nur der leib ein mensch wenn die wird ein Gewässer haben der andere sagt das er hebt nicht die schlitte der kriegt dort tot wenn es das Gewässers war hat an einem und wie dort nicht tun wenn wir mit gehen mit der Gewässer und leiden er auf dem Grund wo die verwandelt kann wo war ab war hat und das Gewässer und an Gewässer do we opleiden mit dem Gloven an Jesus Christus und an Gewässer vielmeil do wir entscheiden machen ist es war du glaubst du was du lebst du lebst du du lebst du auf dem Gloven Jesus Christus den Gewässer du hahn behen du hahn drehen du was du los lo von wo das gründ have du was false warn an doth what gründ have ab dem Gloven dan kost die gewässer brocken dat die foot weite lot want du do hast jain den Gloven dan kost du leuven wat du glaubst und dat is wat uns dommert ever help hat noch ein bild laatste dat wat ik viel mahl hahn sie ganz je lot over diese saag want du die in diesen Gloven got christus ever je wenn das kost du ganz je mittel in den glouven got fall jain in sin grote hand hold die faus en den gewassern in den ecken all die schlangen wat die schmäht do warren de wat gotzik am tchammer dat de war verbongen warren en dat as so goot as van dit es am geloven die früchte des jaztus trauen mag die drak ma tot fell die ab mit leid fell die ab mit fred und mit fred und gudelt want all diese ding was abgefällt sen da wosch di nicht moiken dat a wer di doll macken wäld 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 kanto min frühe sae wäld sae sacht twat vajat di emma na wäld zmi sae leid da ik vaj den hae kwa se na vaj kome bete an den k wäld däun kore eva tse teufel wäld 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 kome to sae oh dat is my leid do vaj wäld 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 on oles tank na n as do n wäld kone kone na jo wäld wäld ja stammt wäld 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 do ch to Das wird alle aufklappen. Das wird alle besicht, wenn es die Hälfte an diesem Glauben ist. Und dann hast du noch mehr, was jemand in den Gewässern ist. Wenn es Leben geben ist, ist es nicht in den Gewässern. Die Gewässer ist oft zu gehen. Nicht mal in Frieden. Das Gewässer kann nicht mal jemand in Frieden sein. Und da kann nicht mal jemand in Frieden sein. Frieden sein. Wenn du in Frieden hast, kann das Gewässer gehen. Kannst du gut lachen, ist nicht mal jemand in den Gewässern. Dann haben wir es dort. Wenn du loslässt, dann nicht. Ich bin seitdem und ich bin seitdem. Von dem Bild von dem Selbstmacht. Und ich bin seitdem, in schwach. Ich bin seitdem. Ich bin seitdem und ich bin seitdem. Das ist ein weniger d conseller. Ich bin seitdem.